Hi, ich bin Johannes von NewGadgets.de und habe hier den ViewSonic 3D V5 3D Camcorder. Ihr seht, man kann damit Videos und Bilder aufnehmen und hier gibt es noch eine Taste, um zwischen 3D und 2D umzuschalten. Das Besondere an diesem Gerät ist, dass ein 3D Display verbaut ist. Ihr könnt also die Videos und Bilder direkt an dem Gerät in 3D bewundern. Wir haben hier noch einen optischen Zoom und wenn wir uns das Gerät mal von allen Seiten anschauen, haben wir auf der Rückseite erstmal die beiden Kameras, die ja benötigt werden, um 3D aufzunehmen. Hier den Akku, einen ausfahrbaren USB-Anschluss, auf der anderen Seite den Powerbutton, einen Mini-HDMI-Anschluss und hier den SD-Karten-Slot. Ich bin Johannes von NewGadgets.de und ich bin auf der Rückseite.